ja hallo freunde herzlich willkommen so zum ersten backstage vlog amerikareise 2024 blade show atlanta die ist schon nächste woche da geht es los vom siebten bis zum neunten ist glaube ich nur freitag samstag sonntag und ja ich bin schon ganz klein bisschen aufgeregt heute hatte ich ein bisschen zeit darauf gedacht habe ich heute schon mal gepackt eine neue packstrategie in mein inatec gepackt schauen wir noch schnell an wie wenig ich diesmal dabei habe ich habe das gewicht um 50 prozent reduzieren können ich habe das letzte mal ein bisschen zu viel dabei gehabt du darfst ja noch acht kilo handgepäck dabei haben ich hatte glaube ich zehn diesmal bin ich unter fünf kilo wie habe ich das geschafft ganz einfach ich habe alles was ich das letzte mal dabei hatte und nicht benötigt habe gar nicht erst mehr eingepackt also gar nicht mehr eingepackt zwar nämlich die hälfte was ich dabei habe hatte ich gar nicht gebraucht also habe ich zuhause gelassen schon gar nicht in den koffer gepackt und somit ging das gewicht jetzt glaube ich ich habe vor ich habe vorher kurz gewogen mit rucksack 4,7 kilo ist nicht viel für eine woche amerika aber es immer ganz ehrlich atlanta ist im süden da ist warm da brauchst du nicht viel kurze hose polo shirt fertig da ist einfach warm ist ja nicht wie schwarzwald wo du wir waren vorher wieder spazieren kurz kalt da brauchst du immer mantel lange sachen was auch immer ich werde ein hemd anziehen und die hose zum fliegen weil das ist im flieger ist es frisch und verdammt habe ich einfach nur kurz das zeug dabei dann schauen wir uns noch an ich muss doch die sie zusammenstellen das muss natürlich auch flugtauglich sein da habe ich mir natürlich schon so meine gedanken gemacht uhr muss auch eine mit dazu später und das habe ich ja dann immer so am mann so als kleines täschchen wo natürlich andere sachen drin sind aber jetzt schauen wir doch mal genau wieso das jetzt so ein schönes licht ist das ist jetzt echt super ich muss ja jetzt nicht immer scheinwerfer aufbauen mein kumpel blasius war da seines zeichen bw licht und ton bwlt.de und der gute mann hat mir hier mal eine coole lampe installiert die kann ich sogar über die app auf dem handy steuern programmieren farbtemperaturen leuchtstärke ist volle programm ich habe die einfach auf maximal kaltweiß und maximale leistung gestellt weil dann kann ich hier auch immer mal auf die schnelle irgendwas fotografieren und filmen und muss nicht immer scheinwerfer aufbauen das hat immer total genervt und das spielt keine rolle ob es draußen hell oder dunkel ist weil wenn ich zum film komme ist meistens sowieso aber genug gequatscht wir gucken mal schnell rucksack ja wieder der gute innerpack ich habe mich jetzt schon auf ein paar reisen begleitet innerdeutsch und außerdeutsch rucksäcke nehmen sie dir eigentlich für gewöhnlich auch nicht ab dass es irgendwie aufgeben muss die kann man auch schön komprimieren und diesmal ist wirklich auch nicht viel drin die ganzen zusatztaschen vorne hinten sind leer ich glaube ich habe hier noch genau einen stapel visitenkarten dabei das ist hier schon alles sonst habe ich da nicht mehr gebraucht wenn man da so reinguckt also wirklich minimal gepäck ich habe mal so videos gesehen von so weltreisenden die haben sogar weltreisen gemacht nur mit handgepäck der natürlich profiläßigkeit packen die nutzen jeden kubikzentimeter und bleiben mit ihrem gepäck unter acht kilo aber von denen habe ich zum beispiel ich weiß nicht wie der kanadis aber von denen bin ich dann auch auf diese flugreise tauglichen großen rucksäcke aufmerksam geworden aber hier einfach komplett alles minimalistische stapel boxer shorts das ist mein komplettes hygieneback ich spekuliere darauf dass es in einem guten hotel wo wir sind duschgel und das ganze andere zeug gibt weil das packe ich nicht ein hier wird dann am gewicht gespart ich habe nur wirklich das zeug zum rasieren dabei schöner duft ja zum zähneputzen und mehr eine creme eine gesichtscreme das was wir tun dass man mit 50 noch gut aussieht kleines erste hilfe set ist hier drin dazu den amerika stecker so was brauchst du natürlich da drüben hier mit so anderen anschließen wie bei uns und auf der seite kann ich eben eine usb laden das ist glaube ich dabei dann nochmal ein usb-c kabel zur sicherheit ein zweites dann ich spekuliere natürlich wieder auf den pool badeschlappen den luxus gönne ich mir also das habe ich wirklich immer dabei egal wohin ich fahre habe ich immer dabei badeschlappen und meine badehose immer in der hoffnung dass es ein pool irgendwo gibt und man einfach mal 30 minuten irgendwo im pool relaxen kann dann jede menge weiße sneakers die sind auch von meinem letzten amerika tritt die haben sich eigentlich sehr gut bewährt dann schwitzt du nicht so wahnsinnig wenn du hier so ein paar einfache weiße baumwoll sneakers hast dann brauchen wir natürlich polos pmp knifes polos auf der messe aufhalten habe ich auch nur diese dabei und dann natürlich cool die habe ich mir mal geholt super hoch also das sind wirklich ohne scheiß die besten kotzen hosen die ich in meinem leben hatte die sind voll elastisch super bequem egal ob du beim laufen bist oder wenn du den ganzen tag rum sitzen muss haben extrem viele taschen alle mit reißverschluss sogar so wasserdichte das material ist ultra schnell trocknend also wenn da irgendwie mal wasser drüber kommt eine minute später ist das wieder trocken auch super leicht machen sie natürlich hier im gepäck super weil das nichts wiegt und das sind die beiden kotzen hosen ich habe sogar im notfall noch eine dritte ich habe sie in schwarz in oliv und in kaki gekauft sind wirklich super also wirklich die coolsten kotzen hosen die ich je hatte und im sommer richtig schöne nur dass ich sie halt im schwarzwald nicht brauche sind eigentlich nur meine hosen gewesen letztes jahr für atlanta aber da echt wirklich super angenehm ja und naja ist ja nicht drin das habe ich ich habe drei polos zwei kurze hosen die badehose socken boxen shorts waschzeug erste hilfe bisschen technik das war's mehr brauche ich nicht weil letztes mal hatte ich auch nicht mehr davon verwendet ich hatte da noch viel mehr zu sein dabei und ich sage gleich was dass ich alles da bin die messe in der blätter ist eigentlich sehr cool gelegen im stadtteil cumberland und da gibt es die große cumberland mall wenn ich irgendwas brauchen sollte wo mir fehlt dann gehe ich einfach mal rüber in die mall und kauf mir da gibt es ja alles lohnt sich ja nicht den ganzen kleiderschrank mitzunehmen wenn es dann sowieso nicht groß ja das ist das was ich dann immer so am mann hat da ist dann zum beispiel drin neuerdings meine brille für das ganze kleingedruckte dann wichtig für mich natürlich eine powerbank die kleine zehntausender für das handy mit dem werde ich fotografieren und filmen für den flug habe ich hier schon mal drin schlafmaske weil wenn es dunkle ist vielleicht schaffe ich es ja mal beim letzten mal hat es nicht geklappt bei den ganzen letzten flügen zu schlafen aber ich gebe die hoffnung nicht auf ein bisschen schlafen wäre nicht schlecht da wichtig ohrstöpsel wegen dem turbinenlärm dann ja handy kommt daran habe ich gesagt nun wichtig sondern wichtigste dafür natürlich nicht vergessen das kommst du weder raus noch rein reisepass das ist natürlich gut war ja das wäre ich noch so ein mann haben und jetzt kommt noch eigentlich die wichtige aufgabe wir müssen wie die sie die sieben sich ja noch ein klein bisschen irgendwas dabei haben das ist natürlich problematisch da ich nur handgepäck habe da kann ich natürlich kein taschenmesser sonst irgendwas mitnehmen und dafür würde ich sagen zetten wir mal um auf den tisch die sieg ist herausgekramt und was wir hier zusammenstellen können wieder für den flug los geht's sagen fangen wir mal mit ich habe überlegt soll ich meinen schönen neuen chrono mitnehmen aber dann bin ich ganz ehrlich da bin ich noch so ein bisschen habe ich gedacht ne die habe ich mir jetzt gerade erst zum geburtstag gegönnt und die war richtig teuer und da habe ich mir gedacht ne nehme ich doch lieber mal meine tfg trend oder die gentleman 40 mit an dem coolen strap außerdem ist es dann auch ein bisschen eigenmarke und ein bisschen werbung für unsere tfg uhren und ja da muss ich ganz ehrlich sagen da habe ich so noch ein bisschen schiss jetzt die hier auf die große reise da mitzunehmen weil die finde ich echt echt super nice und dann habe ich heute noch das video gesehen von barkencheck wie er seine explorer 2 geschrottet hat und habe ich gedacht ach nee okay komm komm lass mal die habe ich jetzt getragen seit dem geburtstag ne sogar ich habe sie schon eine woche oder zwei wochen vorher gekriegt lass mal zu hause da nehme ich die schöne die gentleman mit an diesem coolen stahl strap auch cool bisschen werbung für unsere brand machen und habe ich dann jetzt nicht so ein gutes gefühl wenn ich hier meine neue laco mitnehmen die trage ich natürlich jetzt noch bis zum abflug aber dann bleibt die zu hause und wir nehmen mal schön die gentleman mit die es geht auf jeden fall mit dann lampe ist natürlich auch klar am mann ein bisschen licht braucht man dann gerade noch mal die nachts in fremden hotelzimmern und wie auch immer weißt du nie was passiert brauchst du irgendwie nachts licht strom geht nicht was auch immer manchmal auch für irgendwelche kleinigkeiten sehen lampe am mann immer gut da werde ich noch nach der batterie schauen ob ich vielleicht eine neue reinmache zur sicherheit die streamlight microstream kugelschreiber habe ich mir gedacht auch klein nicht zu groß meine noch bogensport extrem kleiner caweco in meinem namen drauf das ist halt super kompakt das hat sich wirklich bewährt ich würde ja am liebsten so was mitnehmen aber da kommst du halt nicht mit den flieger rein das nehmen sie dir ab ja darum werde ich das hier mitnehmen neues idc ich weiß gar nicht ob ich euch jemals mein swisschamp gezeigt habe aus den niederlanden gekauft aber in belgien auf der messe in chamblou auch cooles werkzeug davon wäre mit sicherheit was verbauen sowas hätte ich natürlich auch gerne dabei aber kann ich ins handgepäck ist zu lang das wäre natürlich auch cool ich bin mir auch nicht sicher ob das nicht unter sechs zentimeter ist aber ich will es nicht darauf ankommen lassen weil du bist dann in der security bereich du kommst dann nicht mehr raus um noch irgendwas wegzuschicken wenn sie einem das abnehmen das wäre wirklich zu schade das finde ich nämlich auch super cool unseren freund von THC über 23 gelasert das würde ich das würde mich ärgern wenn sie mir das abnehmen also kann ich das auch nicht mitnehmen das ist auch ein super praktisches messer weil schön immer zum essen irgendwas für die pause mit der gabel und m93 linge aber das ding ist halt auch zu lang ich glaube sechs zentimeter sind okay das geht natürlich auch nicht das hier geht auch nicht da hätte ich auch noch einen kleinen coolie aber dann nehme ich den schwarzen mit meinem namen drauf mit der ist auch noch gut aber in dem fall zu lang dann nehme ich lieber den kompakten mit tross hammer habe ich den anderen an den kennt ihr erst mal in anderen videos das ist natürlich super schönes custom das wäre auch schön aber das geht natürlich auch nicht durch die sicherheitskontrolle und hier auch neu schön in tfg rot und an die thiel schmutzig habe ich auch gebraucht letztens beim mittelalter essen da gab es ja keine gabel ne man ist ja teufels zeug da gab es nur messer und löffeln da habe ich gedacht eben dem stumpfen messer dann nehme ich dann wohl lieber mal mein an die thiel hier raus zum essen muss man wieder mal sauber machen aber auch zu lang deshalb bleibt hier eigentlich nur die wahl entweder ein kleines und das kommt sogar aus amerika aber das ist mir dann doch ein bisschen zu hier noch sagen wir so als zweitmesser kann man doch was gut da dran haben am ed7 aber als primäres alleine ist das doch ein bisschen zu absolut würde der stefan sagen also gab es schon mal praktisch für kleine worte haben da so geile früchte cocktails da werde ich mir auf jeden fall mal in den pausen so ruhig die cocktail reinverleiben bevor ich dann da eine plastik gabel dazu nehme habe ich immer schön meine eigene kleine gabel am mann aber das ist doch ein bisschen zu klein und ich weiß dass ich mit diesen dingern hier durch die sicherheitskontrolle komme weil fünfeinhalb zentimeter unter sechs damit bin ich schon geflogen nach spanien und zurück hat sich dann sogar ein bayerischer sicherheitsmensch noch angeschaut und hat gemeint oh ja das ist ja klein das ist okay ich meine ein classic ist auf keinen fall ein problem aber wenn ich das hier mitnehmen kann dann ist natürlich klar geht das mit das hat natürlich auch die richtig brauchbare klinge tfg special edition mit serrations ist natürlich cool dann wenn da mal was anderes schnippeln muss kleine schere und hier natürlich auch mal irgendwie schraubendreher dran oder einen dosenöffner flaschenöffner was auch immer hat man doch so wenigstens ein bisschen bisschen multitool dabei ich habe extra den karton auf behalten wegen der spezifikation kommst du 130 f4 rds das hätten wir schon mal das haben wir auch das kommt direkt leider kann ich die messer nicht mitnehmen die kleine gabel ist natürlich cool ist die frage brauche ich eine zweite taschenlampe am edc nagelklipser den mache ich am besten gleich noch das von wick dann mache ich mir gleich ins noch in das wc bag rein brauchen wir das hide and seek hier eigentlich nicht das lasse ich zu hause das war souvenir aus amerika von smoky mountain knife works hide and seek world champion der big food kann sich am besten verstecken keiner hatte bisher gefunden so gut kann er sich verstecken darum wird das hier wahrscheinlich dann mein edc lampe stift dingens hier die sie können wir eigentlich wieder an dieses teil das werde ich doch irgendwie am mann lassen dann schmeiße ich die beiden so mit den rucksack kleine lampe noch brauche ich noch eine zweite kleine lampe reserve ist vielleicht nicht schlecht oder schlüsselbund kann ja vielleicht nichts schaden auf das wird es dann hinauslaufen mehr geht nicht im flieger nur mit handgepäck aber damit sind wir auch das letzte mal schon gut herum gekommen mit nur kleinem und die sie tagsüber haben wir ja genug messer am mann auf der messe bei mit cards am stand und mit pmp nice aber sonst halt im flieger geht nicht mehr ja gut ja dann würde ich mal sagen habe ich meine kleinen mini utensilien auch noch mit ein und dann sehen wir uns nächste woche schön immer wieder abends zu einem der daily vlogs von unserem atlanta trip blade show was auch gut ist diesmal wir fliegen nicht mit zwischenstops von zürich chicago atlanta sondern wir haben direkt flüge gebucht frankfurt atlanta wir müssen jetzt noch nach frankfurt hochfahren das machen wir haben davor aber direkt flüge sind natürlich schon eine feine sache wenn man sich die umsteigerei hier in chicago spart und wir haben eine neue sitzklasse bekommen normal economy das ist einfach zu klein für uns große und schwere leute darum haben wir da gibt es jetzt so economy premium oder sowas da hast du mehr beinfreiheit das ist schon mal viel wert und darauf mehr dass der flug angenehm wird ich glaube in zehn stunden zurück neun aber direkt flug ist natürlich geil ja da werde ich auf jeden fall natürlich berichten handy geht mit das ist dann meine einzige kamera dabei und ja dann werden wir abends was zusammenschneiden hochladen haben extra wieder eine sim karte für die usa geholt mit 50 gigabyte volumen das reicht hoffentlich für die tage und ja ich freue mich jetzt langsam schon drauf so langsam kommt ein bisschen nervosität auf aber ist wahrscheinlich eher die vorfreude ja dann sehen wir uns dann im nächsten vlog dann backstage wahrscheinlich irgendwie so auf dem weg nach frankfurt oder in frankfurt wenn es dann losgeht also freunde die sie ja mann was kann dann schief gehen wir sehen uns macht's gut bei bei